Martin, ich habe gerade hier gesehen auf Insta, Werbung für Weihnachtsbaumkugeln, haben wir eigentlich noch welche? Tatsächlich ja, ich habe die sogar schon aus dem Keller ausgeholt. Sollen wir die direkt aufhängen? Äh, ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen früh. Ach, stell dich nicht so an. Steffi, die Weihnachtsbaumkugeln, sie sind kaputt. Oh nein. Martin, vielleicht finden wir ja im Kalender neue Kugeln. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind die glücklichen Gewinner einer exklusiven Teilnahme an der nächsten Show von Telephysik24. Äh, Tele-was? Telephysik24, die seriöse Fernse-Show, die Ihnen die neuesten physikalischen Premiumprodukte präsentiert, die Sie unbedingt brauchen. Das klingt nicht besonders vertrauenserweckend. Ne, aber ich meine, so lange wir nichts unterschreiben müssen, geht das schon klar, oder? Außerdem war es ja im Kalender drin. Und was müssen wir bei dieser Show genau machen? Einfach nur daneben stehen und begeistert aussehen. Ich sage euch, das wird großartig! Sie suchen noch Dekorationen für Ihren Weihnachtsbaum? Sie haben keine Lust mehr auf die langweiligen alten Christbaumkugeln? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Ich präsentiere Ihnen heute bei Telephysik24 mit unseren Lieblingskunden Steffi und Martin die Christbaumkugeln zum Selbermachen! Und das geht ganz leicht zu Hause! Mit minus 200 Grad kaltem flüssigen Stickstoff! Oh! Steffi, was sagst du zu dieser Erfahrung? Wie viel ist sie wert? Richtig, sie ist unbezahlbar. Aber bei uns gibt es sie deutlich billiger. 50 Liter flüssigen Stickstoff im praktischen Duo für Aufwahrung und Transport erhalten wir für nur 27,99 Euro pro Liter. Wenn sie sich vor dem dritten Advent bestellen, zahlen sie minus 50% weniger. Und wenn sie zu den ersten tausend Anrufern gehören, erhalten sie eine einmalige Prämie von einer Million Nano-Euro. Wenn ihr Geburtstag eine gerade Prämzahl ist, erhalten sie außerdem ein nicer Dicer Plus gratis mit dazu. Mit so einem Duo lassen sich mehrere hundert halbe Christbaumkugeln herstellen, die sich bei Minusgraden auch echt lange halten. Für die Einmaligkeit unseres Angebots garantieren wir mit der Telephysik24 Bestpreisgarantie. Lassen Sie sich das nicht entgehen, rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online unter telephysik24.de. Martin, was sagst du zu unserem Angebot? Ähm, äh... Hören Sie die Begeisterung! Also dann, das war es auch schon wieder mit unserem Tagsangebot. Hören Sie die Begeisterung! Hören Sie die Begeisterung!